Im Sommer 2000. Alexandra Lang hat gerade ihr Studium beendet. Sie fühlt sich schlapp und ausgelaugt. Ihre Mutter, Ilse Lang, bittet einen Arzt ihres Vertrauens um Rat. Der Mediziner empfiehlt eine Infusionsbehandlung mit einer sogenannten Mayerschen Lösung, die in der Arztpraxis zubereitet wird. Eine Kochsalzlösung mit Vitaminen und Spurenelementen. Unmittelbar nach einer dieser Infusionen bricht Alexandra daheim zusammen. Sie wird sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Die Notärzte können sie jedoch nicht mehr retten. Alexandra stirbt an Multiorganversagen. Die Mutter ist verzweifelt. In ihren Augen gibt es nur eine Erklärung für den plötzlichen Tod ihrer Tochter. Die Infusionslösung, die ihr zuletzt in der Arztpraxis verabreicht worden war, muss mit Bakterien verunreinigt gewesen sein. Ilse Lang braucht Jahre, um die notwendigen Belege für ihren Verdacht zu finden. Nun erst kann sie gegen den behandelnden Arzt klagen. Zeugen können sich jetzt aber nicht mehr genau erinnern. Eine schwere Zeit und auch eine erfolglose für Ilse Lang. Im Sommer 2013, 13 Jahre nach dem tragischen Ereignis, wird Ilse Langs Klage in erster Instanz abgewiesen. Im folgenden Winter unterliegt sie auch in zweiter Instanz. Im Mai des Jahres 2015 entscheidet schließlich der Bundesgerichtshof, dass Ilse Langs Klage dort nicht angenommen wird. Damit verliert Ilse Lang ihre letzte Hoffnung, doch noch eine Erklärung zu bekommen, warum ihre Tochter sterben musste, um endlich mit dem Schicksalsschlag abschließen zu können. Kraft für diesen jahrelangen Kampf vor Gericht gab ihr die Stiftung, die sie schon 2004 gegründet und nach ihrer Tochter benannt hat. Die Alexandra Lang Stiftung für Patientenrechte. Mit dieser Stiftung wollte Ilse Lang dem Verlust der Tochter wenigstens einen Sinn geben. Patienten oder ihre Angehörigen sollen hier Unterstützung bekommen, wenn sie überzeugt sind, dass ein Behandlungsfehler gemacht wurde, ihnen aber niemand glauben will. Als ehrenamtliches Mitglied im Stiftungsvorstand konnte Ilse Lang Professor Hansjörg Geiger gewinnen, der sich früher als Direktor der GAUK-Behörde dafür eingesetzt hatte, dass Stasi-Unterlagen jeden Berechtigten zugänglich gemacht werden. Danach war der Jurist als Präsident von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst tätig, später Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Seit einigen Jahren nun stellt Professor Geiger für mutmaßlich geschädigte Patienten die richtigen Fragen. Dabei wird er unterstützt von einem Netzwerk aus 15 Ärzten verschiedener Fachrichtungen, die ebenfalls ehrenamtlich für die Stiftung arbeiten. Das sind Fachärzte, die früher Chefärzte in großen Universitätskliniken waren für ihren Fachbereich oder die eine sehr große Facharztpraxis haben, also eine enorme Berufs- und Lebenserfahrung haben, medizinische Erfahrung haben, die mit unglaublich viel Liebe zum Detail genauestens die Unterlagen ansehen, wie es eben häufig andere Sachverständige aus Zeitgründen vielleicht in der Form nicht machen können, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Experten versuchen genau nachzuvollziehen, wie sich der jeweilige Fall abgespielt haben muss. Dabei führt gelegentlich auch die Zusammensetzung der Expertenrunde zu neuen Erkenntnissen. Man schaut also nicht nur der Dermatologe an oder der Chirurg oder der Neurologe oder der Kardiologe, sondern die setzen sich zusammen und sehen dann häufig, dass an den Nahtstellen zwischen Fachgebieten möglicherweise gerade der Fehler gelegen war in der Behandlung. Und wir schauen durchaus, was sagen die technischen Geräte. Wenn ein schwerer Fall ist, dann hängt man ja an verschiedenen Apparaturen, die das anzeigen. Und die Erfahrung unserer Ärzte sagt eben manchmal, wie entwickelt sich eine Krankheit? Und wenn eben die Anzeige um 21 Uhr so ist, um 22 Uhr so, dann sind plötzlich Werte um Mitternacht, die können so nicht sein, das kann ein Organismus nicht produzieren, dann wissen wir, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Entweder hat das Gerät falsche Werte geliefert, oder aber jemand, was wir auch manchmal leider feststellen, hat die Werte inzwischen verändert. Andere Ungereimtheiten werden bei den ausführlichen Gesprächen der Stiftungsmitarbeiter mit den Patienten oder deren Angehörigen deutlich. Sie können uns jederzeit anrufen und wenn Sie uns zum fünften Mal Ihre Geschichte erzählen, wenn es Ihnen gut tut, dann hören wir die Geschichte zum fünften Mal an und sehen vielleicht noch eine Facette. Die eigene, leidvolle Geschichte immer wieder erzählen. Vielen geschädigten Patienten hilft allein das schon. Also wir sehen, dass auch das Zuhören, das Dabeisein bei sich, sie zu begleiten, etwas ganz Wichtiges ist, was wir den Patienten geben können. Und das kann natürlich nur so eine kleine Stiftung leisten. Große Organisationen wie der Medizinische Dienst der Krankenkassen, kurz MDK, oder die Gutachterstellen der Landesärztekammern machen das eben nicht. So entgehen ihnen auch Informationen, die an Gutachten von Grund auf verändern würden, wie etwa im Fall einer angeblich schwer übergewichtigen Patientin. Der Gutachter war, ohne die Frau je gesehen zu haben, zu dem Schluss gekommen, sie habe wegen ihres extremen Gewichts ja fast mit dem dann eingetretenen Schaden rechnen müssen. Wir haben den Sachverhalt angesehen und haben dann festgestellt, der Gutachter hat offensichtlich die Patientin verwechselt, denn unsere Dame war zwar kein Model, aber war eine relativ normalgewichtige Frau, also von Adipositas, von einem extremen Adipositas, keine Spur. Wir konnten der Frau dann helfen, vor Gericht ist die Sache dann zu ihren Gunsten ausgegangen und zunächst stieg es so mit diesem negativen Gutachten, sie wird den Prozess verlieren. Aufgrund eines Gutachtens, das auf der Basis einer grundlegend falschen Annahme erstellt wurde, weil der persönliche Kontakt zwischen Gutachter und geschädigter Patientin gefehlt hatte. In vielen Fällen werden Gutachten ausschließlich nach Aktenlage verfasst. Das wird vor allem damit begründet, dass eine Untersuchung des Patienten nicht erforderlich sei, um zu klären, ob ein Behandlungsfehler vorliegt. Eine Begründung, die Juristen genügt, geschädigte Patienten aber oft nicht zur Ruhe kommen lässt. Was diese sich auch häufig vergeblich wünschen, ist eine klare Sprache. Sie wollen die Dokumente verstehen, die über ihr weiteres Leben entscheiden. Auch hier versucht die Alexandra-Lang-Stiftung für Patientenrechte zu helfen. Wir wollen allgemein verständlich sein. Also die Patienten bekommen von uns nicht ein jetzt rein medizinisches Gutachten, das zu 99 Prozent aus medizinischem Fachvokabular besteht, sondern wir versuchen dann das, was zunächst mal sehr medizinisch klingt, dann so zu schreiben, dass der Patient und auch der Anwalt es ja wichtig, auch der Anwalt es verstehen kann. Um vor Gericht gegen die Kollegen der Gegenseite zu bestehen, die sich häufig auf Arzthaftungsprozesse spezialisiert haben. Den Vorwurf, die Stiftung sei parteiisch, will Stiftungsvorstand Hansjörg Geiger jedoch keinesfalls gelten lassen. Für uns ist es wichtig, dem Patienten die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit kann eben auch sein, dass unsere ausführliche Erarbeitung der Stellungnahme zu einem Ergebnis führt, dass entweder kein medizinischer Behandlungsfehler vorliegt oder zwar ein Behandlungsfehler, aber dieser Behandlungsfehler nicht ursächlich für den eingetretenen schlimmen Schaden ist. Dann teilen wir das den Patienten selbstverständlich auch ausführlich, in allgemein verständlicher Sprache mit. Manchmal haben wir dann den Eindruck, dass die Patienten enttäuscht sind. Wir haben sie intensiv betreut, wir haben mit ihnen viel gesprochen, das heißt, sie haben Vertrauen, sie erwarten dann irgendwo, dass wir auch ein Gutachten schreiben werden, das bestätigt, dass sie jetzt Anspruch auf Schadensersatz haben. Wenn das aber eben nicht der Fall ist, nach der anfälligen Enttäuschung erleben wir dann, dass Patienten uns dann ein paar Tage später anrufen und sagen, also jetzt weiß ich, was ist, jetzt kann ich damit abschließen und kann endlich mich auf ein neues Leben einstellen. Oder sie erhalten, wenn tatsächlich ein für den gesundheitlichen Schaden kausaler Fehler vorliegt, den Schadensersatz, den sie ganz dringend brauchen, um sich und ihre Familie über die Runden zu bringen. Schützenhilfe, um einen Behandlungsfehler aufzudecken, kann übrigens auch von Medizinerseite kommen. Professor Geiger erinnert sich an einen solchen Fall. Da hat sich ein Arzt in uns gewandt, der unglücklich war, dass eine Mutter von zwei kleinen Kindern seiner Ansicht nach falsch behandelt worden ist, mit der Folge, dass ihr die beiden Beine abgenommen werden mussten. Und er meinte, das darf doch so nicht sein und hat quasi als Deep Throat uns den Sachverhalt geschildert. Und Aufklärung ermöglicht. Ziel der Stiftung ist jedoch nicht nur die Hilfe im Einzelfall. Zum Zweiten versuchen wir auch, weil wir gute Kontakte in das politische Berlin haben, unsere Erfahrungen, die wir im Umgang mit Patientenfällen erleben, in die politische Praxis umzusetzen, dass aus Einzelfällen dann generell bessere Regelungen werden. Und wir bilden uns schon ein, dass wir für das Patientenrechtegesetz, das wir seit jetzt zwei Jahren haben, einen nicht unerheblichen Anteil an Arbeit auch geleistet haben, was ein erster Schritt der Verbesserung ist. Wir sind aber weiter aktiv, um dieses Gesetz noch weiter zu verbessern, sprechen mit eben den zuständigen Ministern. und Abgeordneten.